Mom, Mom, get the camera! Hinter dir! Ah ne, Jan, war nur ein Wiss, war nur ein Wiss. Ah jo, ey, ich dachte... Hä? Sandige Düne? Du hast doch einen sandigen Fokulauf, oder? Ratsch, wie, fast. Ratsch, die Kohl war nonstop! Kohl war nonstop. Plattet die Bombe, plattet die Bombe, gleich. Bombe geblendet, haben wir da kommen. Na, jetzt haben wir da kommen. Ja, cool, Junge. Ich steh auf der Bombe, ich deck die. Deck mal die Bombe, okay? Cry, kannst du das kurz machen? Ja, ich deck die. Soll ich nur defusen? Tja, Cry, you're gonna cry. Ruan! Mann! Mann! Get the camera! Oh, Markus! Alter. Crowley wurde exorziziert, alter. Er war richtig hart. Exorbitant. Machen wir rush auf B? Richtig jetzt aber? Gescheiter! Ok, ihr habt den Russen gehört. Was ist denn hier los? Ruh, Schnösel! Ruh, 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 Ruh. Also, ich kann nicht beitreten. Ruh, 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 Ruh Ruh, 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 Ruh... Oh, klatsch, 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 klatsch! Ich kick schon mal. Es sind nur noch vier Leute. Easy, Peasy, dann ist squeezy. Schiff! Schiff! Defuse, ich hab keinen Code. 4, 4, 12, 13, 13, glaube ich, ne? Ah! Ah, ich werde angeschossen! Ich glaube, die sind an T-Spawn, Leute. Ha, ha, ha! Guck mal, he's right! Das könnte von dir gewesen sein, ne? Das ist die Dragon Lore? Alter, das ist die Dragon Lore. Die Dragon Lore. Zeig mal, was denn da überhaupt drauf ist? Das ist ne verkratzte AWP, oder? Siegbert, bist du da? Also, es geht doch, Siegbert. Ich hab's doch gesagt, Mann. Ja, ich seh grad Tittenfalken. Okay, Leute, Achtung, ich zeig euch mal was. Ah, ha, ha, ha! Oh, oh, oh! Ein Schiff! Kurwa! Oh, yeah! Ja, es ist Siegbert und er ist ultra cool. Ja, es ist Siegbert und er ist überhaupt nicht schwul. Eier! Was willst du von mir haben, oder was? Der Negev, schnell! Oh, Mann, das werd ich so schnell nicht hinbekommen. Scheiß, das ist mein Ernst, wo sind die? Okay, aber wo ist mein AWP? Das ist doch rare Para. Ich dreck die Hände so hoch. Warte, wir werden flicken. Oh mein Gott, der Schmidt, Mann! Elefanten töten da vor der Winter, Alter! Wie viel hast du denen gegeben? 15. Ich hab ihm die 77 gegeben. Ja, das ist zu wenig. Er hat noch ein bisschen was. Wenn ich rechnen könnte, würde ich wahrscheinlich was ähnliches sagen. Ja. Wollt sagen, Alter, mindestens Rolf. Mindestens, wenn es nicht sogar mehr sind. Ich muss mir auch ne Negev holen, weil ich spiele Negev Main nochmal. Ich bin bei mir im Klaren ne Negev Spieler. Auf Mitte. Oh, Siegbert! Oh mein Gott, das ist aber ganz schön genascht. Ey, Alter, wie du anhast, Junge! Halt gut, ich geb's zu. Ich geb's zu, Falkner dann. Oh, ich glaub wir haben gewonnen, Leute. Ja!